Hi und Willkommen. Mein Name ist Danny RoyP. Und mein Name ist Mario Master. Wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Mario Luigi Superstar Saga. Ja, Danny RoyP, erzähl uns, was ist im letzten Parade passiert? Wir sind in Bowsers Festung eingedrungen. Ja, und was ist noch passiert? Dann Iggy einen übergezogen. Und noch was? Sonst noch was? Danach ist nichts mehr passiert. Okay. Wee! Den schnappen wir uns. Oh, zwei von denen. Die schnappen wir uns. Jetzt mal hau ich den Hammond wieder ein und die Fresse. Den Glehm. Bisschen zu nahe, findest du nicht. Ja, ich frage mich näher zu mir. Ah, nein, ich bin gefallen. Na, da kann ich einen Bruder, hat er gemacht. Nein, mein Bruder, hilf mir. Ich muss den einen Typen rösten. Ich muss den Rösten. Das ist ein Plan so richtig gemacht. Ich wollte ein extra Kommande machen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo der Normal-Undwort-Exkommande ist bei diesem Ganzen. Alter, das ist Kamek. Na, warte. Der hat uns als Babys entführt. Ja. Dann wird ein Schlag erledigt. Hast du das Eingriffsmuster, von denen schon durchschaut? Wenn der nahe ist, dann diese Kugel rausschießen. Ne, es kommt auch auf den Schalger an, der auf ihn schlägt. Okay. Wow, wow, wow. Vielleicht kommen wir mit denen, seine Angriffe sind zu langsam. So, komm, erstmal schnappen wir uns diesen Kamek hier. Oh, shit, der bafft sich hoch. So, lektor gut ging nicht. Hier. So, jetzt mache ich das hier. Gut, er geht. Ne, kriegt Schaden. Ha! Das war echt gut, ey. Ich habe normalerweise echt Schwierigkeiten, den auszweichen. Ja, was? Zwei. Zwei. Hast du das gesehen? Ja. Das ist mehr als eins. Ja. Und das war der Boden. Das brauchen wir noch nicht mehr. Wir haben noch alles. Ja, und? Ja, ja, und du und? Komm, die schnappen wir uns. Ich schnappe mir den Hammer, Bruder. Und du die anderen beiden. Da, pass auf, hier weg. Achtung, da kommt eine Kugel raus. Wenn er auf den Kopf steckt, kommt er so ein Geschoss raus. Bei sowas kommt jetzt eine Kugel raus. Boah, ich komme mit diesen... Die Dinger sind mir zu langsam, aber ich komme da wirklich klar, ey. Du willst lieber schneller Angriff haben, ne? Ich glaube, ich muss spielen, wenn er irgendwie zu langsam ist, komme ich aber nicht klar. Echt nicht? Ich komme mit voll klar. Ich habe irgendwie besser schneller. Da kommt eine Kugel. Was? Du, besser. Warte. Schnappe dir. Schnappe dir mal Brada. Ja, ha, blablab. Ja, ha, blablab. Full HP bekommen, das muss man ändern. Ja, das muss ich ändern. Das muss geändert werden. Dazu geht es aber nicht, ey, dass ich hier null HP bekomme. Oh Gott, 2 von den Namen, Bruder. Ich habe ein bisschen Schiss. Ben. Da bin ich auch schon tot. Die geht dann mal auf dich, ey. Hä? Also, ich mache meistens schon erstmal so. Hier, Mittelfinger zeigen. Jetzt sind Schmierer aus dem Weg räumen. Ja, die? Die gehen mir ab. Und gesagt, deswegen still aus dem Weg holen. So, wir sind schon aus dem Weg geräumt. Wir haben es geschafft, schon wieder. So, wieder. Los, komm, nächste. Zwei Stück von euch. Und wir werden ja sehr aufs Hochleveln mit den Gegnern. Ja, du hast dich gedrückt. Der hält den anderen scheiße. Da warte ich. Vorsicht, Feuerring. Der kommt zurück. Das hat echt weh getan, ne? Oh, 102, ey. Wie viele Pilze, die ich hier benutzen muss, ey. Ja, nur um zu überleben, ey. Das ist wichtig für dein Überleben. Nein! Ich habe sie früh losgelassen. Aua. Aua. Alter! Das hat die Wanderung doch voll aufgetroffen. Ach man. Ich dachte, er wäre tot. Ich bleibe leer ganz. Oh, was? Ähă! so er ist da und 110 für einen kamen wie kann er dazu gekommen da müssen wir ändern nein es gibt noch nicht mein vorsprung wurde wieder aufgemacht so ist da und war der ersetzt da kommt eine kugel das ist doch die natürliche sache der welt hier nimmt das mich erwischt du nicht nicht so wie mein brader aber er gibt sich mühe so weiter stehe ich mir das spiel ab und zu irgendwann stimme ich da und wir wissen nicht wie es funktioniert aber wie gut da dass ich so ein gedächtnis habe wir sollten wir sollten einmal heilen so baus als festung mortons zimmer das zweite ja die reihe die kuperlinge sind hier angreift wie in super mario world ja weil es noch gedacht bei mord und nicht immer so angeordnet nee also news war man muss nur waren was ist nämlich nicht so gehen wir springen nein den schnappen wir uns den schnappen wir uns den schnappen wir uns nein der fisch kommt 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 das der mann immer dass ich noch gar nicht mal sehen was dann passiert zurück also der trifft uns echt nicht mein gott mord und du bist ein lachen es dauert schon tot bauser faust die faust aus stahl genau in der nacht macht beim angriff stark wie bowser irgendwie nicht kriegst man kriegt das aber mein angriff hier voll runter auch bei dir kommen wir gar nicht frage so stark war ja was machst du da kam ich oh mein vorsicht alter alter guck diesen kugel mit nisch ja mit nintendo sco der hat nintendo scoob in der hat geht so dass ich das go na ja okay Äh, er reagiert aber nicht so. Boah, alter. Boah, der heilt den anderen. Dann schnell tötet den Karmik, bevor er noch irgendetwas anderes anrichtet. Im Ultrabillig kann man relativ leicht ausweichen. Äh, ich will also sehen, ob er auch... Noooo, das gibt's doch nicht! Also immer gleich, ey. Ich habe dann erst mit meinen Donner kaputten, dann heilst du ihn danach. Hey, ich wusste natürlich nicht, dass der auch gegen... irgendwie feuerresistent ist. Oh, jetzt zieht er auf mich. What? Hä? Seine Füße auf den Rücken zurückgerannt hat. Ja. Ja, denn das Karmik. Aaaaaaah. Ich glaube, so kommen wir nicht weiter. Mal was von dem, damit er niemand heilen kann. Ja. Äh, der Karmik heilt doch. Man hätte erst den Karmik erledigen müssen. Das kann aber nur noch sich heilen. So. So, weg. Ultrasirupe. Geil. Ups. Ding. 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 Ja. Das sind Lachbohne geil. Brauche ich nicht mehr. Wir brauchen keine mehr. Wir haben schon alle Säfte. Ja. Wir haben den schon voll getrunken gemacht, den... Ja, den Professor. Ich weiß nicht. Hier geht's nicht weiter. Wir müssen erst da rein. Boah. Das Buch. Oh mein Gott. Drei Stück. So, geh weg. Da kann man ein bisschen dauern. Aua. Hier geht's nicht. Wenn doch mal einer, der Hammer da kommt. Ich glaub mal ne Schwinge Attacke, ey. Könnte gut bei dir sein. Ey. Ich hab voll Overkill. 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 Das ist doch voll Overdriver. Ne? Hm. 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 Oh. Hier geht auf dich. Nein. Ah ja, übrigens. Die können uns auch, äh, auf Kommandos klauen. Die Kommandos. Das heißt, so können wir zum Beispiel keine, äh, keine Solo-Attacken mehr einsetzen. Oh nein. Oh mein Gott. Oh was? So können wir zum Beispiel keine Solo-Attacken mehr einsetzen oder sowas. Hm. 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 Warte. Warum schon vier? Ich hab, ich hab zu spät gedrückt. Es tut mir leid. Warte, ich will. Lass uns weiter. Was ist das? Ich hab Geister mit dem Hammer. Ja. Was machst du jetzt? Ich hab auch Geister mit dem Hammer. Yeah, wir haben es geschafft. Eins. Zufallschinos. Drei Stück. Geil. Alter. Ich wollte schon immer mal ein paar Zufallschinos haben. Möchtest du auch? Möchtest du ein paar haben? Ich hab noch drei. Also ich hab jetzt gesagt noch vier. Ja. Sowas muss es in real life geben. Hier, ich zieh die an. An und bekomm voll den krassen Zusatzeffekt. Ja. Nein, das will ich nicht. Nein, ich will sie spielen. Oh. Oh. Nein. Nani. 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 Oh. Oh nooo. Ah. My face. Not my beautiful face. Oh god. Oh nooo. Oh nooo. auf sich aber du warst zu nah ich habe mich was habe ich getan ich würde das nur umbringen ich wusste dass du schaffst mein brader 126 alter der schaden 465 keine alte und wir haben genug holen da ich wieder machen ich mache es ist kein experte für wirbelwinde warte bevor wir da reingehen da ist noch was ein totenfall wir sind ja wir werden von mir heute angemietet glückwunsch wenn es mir kommt und kommt ein kleines souvenir ein wunderpils der ex nice dankeschön dankeschön das habe ich gebraucht das wollte ich immer schon mal haben ich meine so kann ich jedes meiner familienmitglieder wieder zurückholen naja ich gehe vor so nächster boss das dürfte lemmy sein wenn ich mich täusche tatsächlich ist lemmy wings ich hoffe ihr wisst das worauf wir ihn aus wollen ich habe keine ahnung ich glaube nicht dass es überhaupt möglich ist dass man den richtigen er ist jetzt heute rum so es gab uns an den hohen und oh mein gott lol er war sogar den schnappen wir uns und mit der nein seine verteidigung ist nicht gesenkt worden so wie dann aber nicht mal ja so ist aber nicht ich ja nana mein gott ich krieg da nicht ein weil du schaffst das irgendwann schon Boom. Baum. Share your energy with me! Das hat ja mal voll rot, ey. Nein. Mach dem Schaden. Alter. Alter, diese Ginkidama. Sie ist so groß. Bam. Ha! Alter, das ist mein Gott. Was ist mein Gott? Was ist mein Gott? Ich hab keine Ahnung, die sind nicht wirklich stark. Ich glaub, sie haben insgesamt, glaub ich, auch immer nur 500 HP. Nehmen wir mal mehr BEP. Nein! Nee! Sagte ich nicht. Oh, Maaan. Das ist so down. Wasser. Wee! Ich mag kein Wasser. Ich auch nicht. Hammer, bitte. Sorry. Komm, wir machen jetzt mal hier alte Flammen aus. Damit wir hier sicher weiter können. So. So. Hier rein. Wie viele Minuten haben wir eigentlich? Wir haben 20 Minuten. Das ist ganz schön viel. Nein. Wie. Oh. 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 offensichtlich habe ich eigentlich mehr erwartet oh Gott oh nein nicht das schon wieder ich wusste dass es irgendwann mal wieder kommt aber ich wusste nicht dass es jetzt so ist oh Gott ich glaube das ist das einzige so spät jetzt nein zu spät jetzt in meiner gleichen stelle einfach so kann man ich habe diesen challenge sie ist so schlimm und sie ist so scheinbar die ist nervig sie ist langweilig ich hasse sie dann gibt es doch nicht Nein Na bitte Oh Gott dann müssen wir jetzt eigentlich nur genau zielen da kommen sie nicht mehr von oben sondern der bleibt da einfach stehen wir müssen jetzt genau zielen wir haben nämlich nur noch einen Ha Gott sei dank ey Scheiß Tür ey Danke Ja Frage mal ob du bist am nächsten was Speicherpunkt Blumensprache der Piranienpflanze Kitzel einen Kerl von hinten Gott. Hör auf mich zu kitzeln ey Hör auf mich zu kitzeln Hör auf mich zu kitzeln Okay. Welchen? Links oder rechts? Rechts. Falsch! Scheiße! Scheiße! Die Helle gibt's ja auch noch. Ah ja, genau. Die Helle vielleicht sagen sollen, dass ich loslasse. Ja, ja. Aua! Der bufft sich hoch. Wie hoch buffen? Dann buffe ich die down. Ja genau, stimmt. Kannste machen. Einfach nur so. Aber der hat seine Verteidigung geboostet. Das können wir uns nicht gefallen lassen. Da, hier, da. Verteidigungsdown. Hier, Bruder, hier. Down weg. Down auf die Deppen. Scheiße. Ja. Ich chill mein Leben. Vor allen Dingen, den kann man so leicht ausweichen. So. Down. Und... Und... Alter, 125. Hast du den Schaden gesehen? Der geht auf dich. Ja, ich sehe ihn an. Der hat eben wie die Umschwingende. Ja. Ja. Weiß noch der eine. Ja. Erst bin ich auf die Kette gesprungen. Dann habe ich ihn verbrannt und dann ist er einmal nach Hause gegangen. Ja. Ja. Er hatte gerade Zeit, ne? Ja. Wir mussten ihn töten, bevor er sich an Hause ging, ne? Ja, so. Oder hier. So, hier können wir speichern. Und hier endet auch der Part. Im nächsten Part geht es sogar direkt los mit einem Bosskampf. Ja, toll. Ludwig. Ja. Ludwig von Cooper. Ha. Ha. Also, bis dann und ciao.